Bist du lieb und bist du brav, falls du dir dich fährst? Bist du falsch und falberisch, blieb dich schnell in die Haut. Bist du falsch und falberisch, blieb dich schnell in die Haut. Bist du falsch und falberisch, blieb dich schnell in die Haut. Bist du falsch, blieb dich schnell in die Haut und du bleibst. Wasser und Stromanschluss. Architekt Onkel Johann und Maurermeister Götze. Schuss, 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 Schuss. Ausgießen der Keller Grundplatte oder Bodenplatte. Der Oberpolier. Wenn du lieb und siehst du brav, halbst du dir, ich fähl. Wenn du falsch und spalmerig, krieg die Schwelb im Haar. Sieh sie nach dem Blüten. Der Oberpolier. 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 Unsere Anke will tüchtig mithelfen. Wenn sie dann einen Spaten in die Hand nimmt. Ach, so ein Mist. Der Oberpolier. Der Oberpolier. Der Ober Vedern. Der Oberpolier. Der Oberpolier. Tanks im Hintergrund werden noch vor dem Gießen der Kellerdecke eingesetzt. Das Einebenen dieser Sandberge war eine Trimmdichtaktion des Sandbergs. Die Kellerdecke wird gegossen. Die Kellerdecke wird gegossen. Bei gutem Wetter geht das Aufmauern der Wände zügig voran. Der Terrassenwinkel. Der Terrassenwinkel. Vorderfront mit Eingang, Badezimmer. Die beiden Kinderzimmerfenster, Wohnzimmer mit Terrassenfenster. Das zukünftige Schlafzimmer und im Hintergrund dann die beiden zukünftigen Kinderzimmer. Mit Bad und Toilette. Der Hauptflur, im Hintergrund der Durchgang zum Esszimmer. Küche. Schlafzimmer. Esszimmer mit Eingang zur Küche und zum Flur und Ausgang zur Terrasse. Terrassenwinkel. Terrassenwinkel. Aufmauern der Zwischenwand zwischen Treppenhaus und Wirtschaftsraum. Treppenhaus. Dahinter der Wirtschaftsraum. Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Und Blick vom Haupteingang. Schlafzimmer. Hinterer Flur. Schlaftrakt. Kinderzimmer. Toilette. Und Badezimmer. Alles noch zukünftig.